Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind wieder zurück mit unserem ganz spezialen Rewatch und sind mittlerweile bei Folge 4 angelangt. Ein Tag des Fortschritts. Hast du heute Fortschritte gemacht? Ne, mein Schlafrhythmus ist immer noch so kaputt wie sonst. Ich glaube deiner mittlerweile auch. Also Background-Story zu dieser Aufnahme. Ich habe gerade ungefähr eine halbe Stunde verschlafen und wir sind ein bisschen spät. Aber gut, ignorieren wir das einfach mal. Wir haben es ja doch noch geschafft. Zumindest bei Arcane war ein Tag des Fortschritts. Denn es ist eine sehr wichtige Folge. Wir haben in Folge 3 das erste Mal den Fall gehabt, dass ich so ein paar Probleme mit der Serie hatte. Und du meintest, schau dir Folge 4 an, die ist richtig gut und die wird meine Meinung ändern. Ja. Ja, man wird es im Laufe der Folge merken, ob das der Fall war. Ich sage immer so viel vorneweg, ich fand die Folge richtig cool. Also die Folge war schon echt stark. Okay. Willst du direkt anfangen mit der ersten Szene? Ähm, ja. Oder sag mal, was denn hier überhaupt passiert ist. Also wir, wir, also, ne? Ja, hier passiert natürlich ziemlich viel. Denn wir starten in diese erste Szene jetzt rein. Und bemerken relativ schnell, und das ist jetzt wichtig für die ganze Folge. Es gab ein Timeskip. Ähm, wir starten nämlich rein. Und da sitzen jetzt, oder stehen jetzt Chase zusammen mit Heimerdinger. Und Heimerdinger erklärt Chase so ein bisschen was. Die stehen nämlich vor so zwei Statuen. Und, ähm, Chase sagt so, wer ist denn der Typ da, der da so eine Statue bekommen hat? Und Heimerdinger erklärt dann irgendwie, ja, das war damals ein Wissenschaftler. Heimerdinger ist ja schon ziemlich alt. Der kannte den sogar noch und war mit dem befreundet. Der hat es irgendwie nie geschafft, so richtig krasse Sachen zu erfinden. Und irgendwie alles, was er erfunden hat, das explodiert, sagt er hier. Aber, trotzdem war er einer der krassesten Leute, weil er halt das Ganze eingesehen hat und erkannt hat, dass er, dass seine Schüler irgendwie die Zukunft sind. Aber ich habe so verstanden, dass er sich dann mehr aufs Lehren konzentriert hat. Und dadurch seine Leidenschaft geopfert hat, aber halt der Stadt und der Gemeinschaft durch seine Lehren etwas ergeben hat. Genau, genau. Ja. So ist es. Ähm, aber wir bemerken dann relativ schnell, wenn, äh, Chase dann, das ist so eine Tür, die macht Heimerdinger dann auf. Da steht dann Chase und er vor. Und da schauen wir dann auf die ganze Stadt. Und dann sagt Heimerdinger auch nochmal, ja, hier, Chase, du hast ziemlich krasse Sachen hier angerichtet. Denn deine Hextech-Technologie, die wir in der letzten Folge noch, genau, diese Hextech-Technologie, die wir in der letzten Folge ja noch gesehen haben, wie sie jetzt zum ersten Mal funktioniert hat, als sie diesen Stein stabilisieren konnten. Hat scheinbar ziemlich Erfolg gehabt. Denn hier wurden jetzt einige neue Sachen erfunden. Unter anderem so eine riesige Linse oder was auch immer auf so einem hohen Turm, womit die jetzt, äh, Luftschiffe teleportieren können oder sowas. Also, das haben wir ja gesehen in diesem Flashback, dass das scheinbar mit dieser Magie möglich ist. Ähm, Dinge zu teleportieren. Und das hat Chase jetzt scheinbar insofern verwissenschaftlicht, dass die das mit ganzen Luftschiffen machen können. Und, ja, Chase ist mittlerweile ziemlich hoch angesehen. Und es ist einiges in Zeit vergangen. Ja. Ähm, es ist jetzt auch in naher Zukunft der Tag, äh, des Fortschritts. Das ist sowas wie, also das höchste Fest von Peltova. Ähm, kein Weihnachten, kein Ostern, aber der Tag des Fortschritts, alles für die Wissenschaft. Und, ja, wie du gesagt hast, die Stadt sieht schon ziemlich anders aus. Es gibt da oben diese große Teleportationskugel, diese Schnellreisekugel. Ähm, die, in der ganzen Stadt läuft es eigentlich ziemlich gut. Aber man merkt schon noch so ein bisschen, so viel, so krass hat die Hextech jetzt noch nicht verändert. Also, ja, die Schnellreise gibt es. Das ist ein großes Ding für den Handel von Peltova. Da kommen auf einmal ganz viele Leute aus allen möglichen Ländern nach Peltova, äh, weil sie jetzt schnell dort hinreisen können mit ihren Luftschiffen. Ähm, aber man sieht halt noch in den Straßen dann während dieses Tag des Fortschritts, äh, noch sehr viel alte Technologie. Und es läuft jetzt noch keiner rum mit einem, keine Ahnung, durch Hextech, äh, gesteuerte, gesteuertes Handy oder sowas. Das gibt es noch nicht. Aber wir haben jetzt hier erstmal so ein schönes Stadtfest zum Tag des Fortschritts, wo so ganz viele Erfindungen vorgestellt werden. Ein Auto unter anderem. Ähm, dann, dann, äh, Libellen, äh, Roboter und solche Sachen. Da sind mittlerweile Figuren und Spezies, die, die ganz anders aussehen aus, aus fernsten Ländern. Und mittendrin in dem Getümmel ist eben Chase, der vorher noch verstoßen wurde und jetzt der prominenteste Mann in ganz Peltova ist. Der steht jetzt hier im Zelt der Familie, die ihn finanziert. Äh, der Familie von, ähm, wie heißt sie nochmal? Caitlin. Caitlin, genau. Und, äh, ist so umringt von ganz vielen Leuten, aber es interessiert ihn eigentlich recht wenig. Das ist ihm ein bisschen zu viel. Und daraufhin geht er dann zum Eingang des Zeltes und stupst erstmal so eine Vollstreckerin von hinten an und wirft ihr fast den Hut vom Kopf. Und wer Vollstrecker kennt, die mögen das nicht so. Aber diese Vollstreckerin dreht sich um und stellt sich dann heraus, als eben jene Caitlin, die zu den Vollstreckern gegangen ist, zum Leidwesen ihrer Eltern, äh, hat sie keinen noblen Job ausgewählt, sondern ist eine Vollstreckerin geworden. Und, äh, ja, sie ist, die Mutter hat wohl so ein paar Leute bestochen, dass sie eingeteilt wird, um das Familienzelt zu bewachen von den Vollstreckern. Ähm, aber ja, Tag des Fortschritts. Aber so ein bisschen Unheil deutet sich jetzt an. Genau. Und da bin ich jetzt richtig gespannt, was du davon hältst, weil jetzt geht's richtig los. Ja, da gehen wir auch gleich rein. Ich will nur noch mal kurz einfach irgendwie Chase loben. Ich muss sagen, ich hab's Chase richtig gegönnt. Also, als ich so gemerkt habe, ey, der hat jetzt scheinbar richtig Erfolg gehabt. Überall sind so Banner von ihm, wo er so Man of Progress, also Mann des Fortschrittes genannt wird. Und er ist so der Repräsentant der Stadt jetzt eigentlich für diesen krassen Wandel. Hat mich irgendwie gefreut, Mann. Weil wir haben noch vor zwei Folgen gesehen, wie der Typ vor seinem Ruinenhaus stand und Sui, uf, hast du es damals genannt, begehen wollte. Und jetzt geht's ihm so gut. Ja, ist cool. Freut einen irgendwie. Ja. Nächste Szene. Und dann gehen wir in die nächste Szene. Die wird krass. Die wird krass. Und da waren auch so ein paar Dinge dabei, die mich verwirrt haben. Aber wir befinden uns jetzt hier am, ja, am Lufthafen von Pelltova. Und dort kommt gerade irgendwie so eine Lieferung an. Und das ist eine Lieferung mit Schimmer. Da sehen wir auch die altbekannten Schläger von Silco aus der letzten Folge. Die kommen da jetzt irgendwie an und bestechen so einen Mitarbeiter dort, dass sie da ihr Ding durchziehen dürfen. Und stellen da halt so fässerweise Schimmer ab. Und die machen da scheinbar ihr Ding, was sie da halt so machen. Das ist scheinbar bei denen normal. Aber ihr ganzer Handel wird da unterbrochen, weil plötzlich Leute auf so Hoverboards oder was auch immer ankommen. Also so fliegenden Surfboards. Genau. Wie heißen die? Firelights, oder? Firelights, genau. Genau. Also das ist irgendwie dann so eine Gruppe, die sich Firelights nennt. Und die haben auch so coole Masken an. Und kommen da so reingeflogen und werfen erstmal so Granaten ab, die so irgendeinen Stein oder irgendwas in sich haben, dass sie so die ganzen Schläger da so festsetzen. Und da kommt dann so ein Stein raus, der die so blockiert. Und der hält scheinbar fünf Minuten. Da wird dann auch so ein Timer von denen gestellt. Und die wollen hier jetzt die ganze Lieferung, diesen ganzen Schimmer wollen die zerstören. Und wollen halt diesen ganzen Handel aufhalten. Da gehen die halt auch drauf, haben wie gesagt alles besetzt kurz und fangen an, diesen Schimmer zu zerstören. Zwei von denen gehen aber auf diesem Luftschiff unter Deck und suchen dort dann auch noch, ob es dort Schimmer gibt oder so. Aber das Ganze steht so ein paar fester, würde ich sagen. Ja, so ein paar sind das. Aber das Ganze stellt sich als Falle heraus. Denn oben, die Türklappe geht zu. Da ist schon sowas draufgezeichnet. Licht geht auf einmal aus. Und da ist so eine Schaukel im Dunkeln. Und die sagen doch so, sie ist hier. Wir wissen nicht, wen die meinen. Und die Schaukel schwingt da so hin und her, wie in so einem Horrorspiel oder Horrorfilm. Und da steht nur so drauf, boom. Und auf einmal liegen dann da Granaten und alles explodiert. Und aus diesem Schacht da unten kommt so richtig Rauch raus. Und da steigt eine uns bekannte Figur heraus. Nämlich eine Dame mittlerweile mit blauen Haaren. Sehr, sehr langen blauen Haaren. Die ein bisschen verrückt aussieht und sich auch so benimmt. Das ist nämlich Powder oder wie sie sich mittlerweile nennt, wie wir dann gleich erfahren, Jinx. Und die kommt jetzt hier raus und rastet komplett aus. Also die wirft dann noch Granaten und kämpft gegen diese ganzen Firelights, die ja noch übrig sind, die gerade den Schimmer zerstören. Und einer dieser Firelights will gerade so diesen Schimmer anzünden und zerstören. Sie packt aber noch so die Hand von der, nimmt die Hand fest und dabei fällt die Maske von der runter. Und wir sehen, aha, das ist irgendwie eine Frau unter der Maske mit pinken Haaren. Und ich war so, warte, hä, ist das jetzt wirklich Vi schon? Und die sehen sich jetzt so schnell wieder. Stellt sich dann später heraus, es war nicht Vi. Aber Powder oder Jinx hält sie hier für Vi und ist dann komplett verstört kurz und hat so Flashbacks und diese ganzen Szenen aus der letzten Folge kommen rein, wo Vi sie angeschrien und geschlagen hat. Und Powder ist komplett überfordert davon und holt dann erstmal einen Minigun raus. Und Ball hat alles kurz und klein und trifft dabei auch unter anderem einen dieser Schläger, den großen Breiten von denen. Ja, letztendlich fliehen dann aber die übrigen zwei Firelights, glaube ich, noch fliehen können. Und ja, der Minigun-Angriff hat so ein bisschen alles zerstört und alles ist explodiert und alles brennt. Ja. Das ist es. Ja, man merkt aber auch schon hier so ein bisschen, also so ganz dicht ist Jinx hier nicht mehr. Ja, also die, also was auch gleich jetzt hier noch alles noch passiert, die ist komplett durch. Komplett, komplett. Das war schon so ein bisschen Teaser vom letzten Mal, dass die scheinbar nicht so emotional stabil ist. Wahrscheinlich hast du das auch gemeint, oder? Letztes Mal. Möglich, ja. Ja, also ist schon krank. Ich komme am Ende nochmal dazu, wie das sich jetzt auf Folge 3 auswirkt. Ja. Aber das hier war schon krank. Man muss aber auch hier wieder sagen, ihr Charakterdesign ist krass. Mit diesen langen Haaren und sowas, die sieht schon verrückt aus. Ja, und keine Sorge, Trogoy, sie ist volljährig. Kommentiere ich jetzt nicht. Kommentierst du nicht, okay. Ne, gehen wir mal weiter zur nächsten Szene. Wir kommen jetzt nämlich wieder zu Chase, der gemeinsam mit Viktor Heimerdinger jetzt die neuesten Fortschritte in der Hextech vorstellen möchte. Und zwar haben die sehr lange daran gearbeitet, Hextech zu stabilisieren. Und haben es jetzt geschafft, dass diese Kristalle stabilisiert werden können, ohne irgendein Gerät, ohne irgendwas. Nämlich haben sie aus diesen Kristallen, die haben diese Kristalle verdichtet und haben solche Kristallkugeln gemacht, die komplett glatt sind und wo Chase mit einem Hammer draufschlagen kann und da passiert nichts. Also da kommen so ein paar Runen raus, aber sonst passiert da nichts. Und das ermöglicht jetzt völlig neue Technologien, weil man braucht jetzt eben nicht so einen Apparat, um das zu stabilisieren. Man kann das überall einbauen und das kann allem Energie geben. Und sie haben dann auch solche riesengroßen Handschuhe gebaut, die richtig schwer sind, aber durch die Hextech ziemlich leicht werden. Womit die Minenarbeiter Steine zertrümmern können und alles mögliche, ohne müde zu werden, ohne selbst eine Spitzhacke in die Hand nehmen zu müssen. Sie haben einen Arm oder so einen Greifarm mit so einem Laser, der Stein schneiden kann für die Handwerker. Also sie bauen aktuell wieder, also das, was Chase Familie gemacht hat, sie bauen Werkzeuge eigentlich. Und die haben aber noch so ein paar Probleme. Also der Handschuh funktioniert ziemlich gut, aber so der Laser von diesem Greifarm, der verbindet sich dann einmal unabsichtlich mit dem falschen Stein und bekommt vom falschen Stein Energie und schießt daher so einen unkontrollierten Laserstrahl. Und Heimerdinger ist, also er hat seine Meinung zur Magie jetzt nicht unbedingt geändert. Er hat immer noch großen Respekt und große Angst davor, was passiert, wenn das in die falschen Hände gerät. Aber er sieht, das Ganze ist aktuell ziemlich sicher, was sie da bauen. Und er sagt dann, okay, es sieht gut aus, der ist zwar jetzt unkontrolliert losgegangen, aber in zehn Jahren Forschung könnte das was werden. Und die stehen erstmal da völlig entgeistert, so ja, zehn Jahre, also zehn Jahre für dich sind vielleicht schnell, aber für uns ist das eine ganz schöne Menge. Und wir glauben, das ist jetzt schon bereit, wir müssen nur so ein paar Kleinigkeiten verbessern. Aber ja, Heimerdinger sagt, nee, in zehn Jahren ist das Ganze dann ready. Was auch im Umkehrschluss bedeutet, Chase hat bei seiner großen Rede, die er halten soll am Tag des Fortschritts, laut Heimerdinger eigentlich nichts, was er zeigen kann. Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Und ich bin auch immer noch gespannt darauf, wie sich diese Beziehung von Victor und Chase ändern wird. Weil wir merken, dass vor allem Victor davon sehr, sehr genervt ist, dass die das nicht sofort veröffentlichen dürfen. Und im Laufe der Folge hustet der auch immer mal wieder so. Und er sieht auch irgendwie gar nicht mehr gesund aus, der Typ. Er hat auch eine echte Krücke, die jetzt mittlerweile an der Schulter ihn stützt und nicht mehr nur den einen Stock. Genau, also es wirkt nicht so, als würde der jetzt vielleicht noch zehn Jahre da mitmachen und dann die Lorbeeren für seine Erfindungen einheimsen können. Deswegen, ja, wird sich zeigen, was da noch passiert. Ja. Ja. Wir kommen zurück zum Luftschiff. Wir kommen wieder zum Luftschiff. Und da sehen wir jetzt Detective Caitlin zum ersten Mal in Action. Denn da wird jetzt gerade von den ganzen Vollstreckern dieses Luftschiff und dieser ganze Tatort analysiert. Und Caitlin schleicht sich da auch rein, obwohl sie da eigentlich nicht sein sollte. Und ja, macht halt klassische Detektivarbeit, schaut sich den ganzen Tatort an, bemerkt so ein paar Beweise und stellt sich vor, wie das Ganze abgelaufen ist und sowas. Und ihre Spur führt sie dann auch unter Deck von diesem Luftschiff, wo einer dieser Schläger noch liegt. Das ist nämlich der, der, letztes Mal haben wir den noch den Indiana Jones Schläger genannt, der so ziemlich groß und breit ist. Der liegt da jetzt und wurde von der Minigun von Powder vorher angeschossen. Und ja, der liegt da und sagt, ja, sie ist verrückt geworden, sie hat mich angeschossen und sowas. Und Caitlin kommt ihm noch näher und ist voll nett zu ihm und will ihm noch helfen, versorgt auch so kurz seine Wunde und sagt, ja, rede mit mir, verrat mir was, ich kann dir helfen. Er sagt, nein, geht nicht, er wird mich ufen, das geht nicht. Damit meint er dann Silco wahrscheinlich. Und bevor Caitlin wirklich mit ihm reden kann, kommt dann dieser, wir haben ihn letztes Mal die ganze Zeit den zweitobersten Vollstrecker genannt. Mittlerweile ist es scheinbar der oberste Vollstrecker, nämlich der Typ, genau, der Typ, der damals auch einen Deal mit Silco hatte. Der kommt da jetzt an und sagt zu Caitlin, ja, ey, du sollst gar nicht hier sein, was machst du hier? Das ist unser Business, nur weil du adelig und blutes bist, kannst du dich nicht über unsere Befehlskette hinwegsetzen. Geh mal bitte und du machst es auch in der Nachtschichterstrafe noch. Ja, so viel zu Caitlin erstmal. Ja, Caitlin ist tatsächlich, glaube ich, die beliebteste Frauenfigur in ganz Arcane, wenn ich mich nicht täusche. Aber da müsste ich Marvin nochmal fragen. Ich glaube, ja, also ich kenne das Fandom jetzt nicht so krass, aber da müsste ich Marvin nochmal fragen. Also in League of Legends oder der Serie? Der Serie, glaube ich. Ah, der Serie, okay, okay. Also müsste ich nochmal fragen, also entweder Vi oder Caitlin. Also Jinx ist tatsächlich nicht mal so die Nummer 1, sage ich jetzt mal, auch wenn die hier einen krassen Auftritt hatte. Aber ja, wir kommen jetzt das erste Mal nach dem Timeskip in die Gassen, in die Unterstadt, nach Zorn, wie es jetzt genannt wird von allen. Und wir sehen, also dort hat sich einiges verändert. Dort ist, also dort gibt es jetzt einige, die recht reich geworden sind, auf Kosten natürlich von anderen. Also die Kriminalität floriert wie eh und je. Und wir sehen, es sind viel mehr illegale Substanzen unterwegs. Es ist viel mehr, also es ist viel lauter dort. Es ist weniger ruhig. Und wie Wenda es damals noch hatte, zum Beispiel der letzte Tropfen, so eine ruhige Bar. Aus der ist jetzt das neue Hauptquartier von Silco geworden und der hat dort einen Nachtclub gemacht mit lauter Musik, mit Lichtern und allem möglichen, mit viel Aluhol und natürlich mit Schimmer. Und Silco scheint jetzt aktuell die ganze Unterstadt mit Schimmer zu versorgen. Und ja, dort kommt jetzt eben die eine Schlägerin von ihm, die ihn in der letzten Folge noch gerettet hat, der den Arm weggebrutzelt hat. Die kommt jetzt zu ihm und regt sich so ein bisschen auf, dass Jinx ausgerastet ist auf dem Luftschiff und um sich geschossen hat. Und Silco, ja, nicht versucht sie zu beruhigen, sondern sagt ihr mal so, hey, du hast dich hier nicht aufzuregen. Es war deine Verantwortung als Anführerin der Gruppe. Jetzt bring das wieder in Ordnung und schickt sie raus. Aber das hat jemand mitgehört. Und zwar sitzt oben in den Dachstreben Jinx, die jetzt nach unten zu Silco zum Schreibtisch kommt. Und Silco fragt sie nochmal, was passiert ist und was da los war. Und ja, Powder Jinx mittlerweile eigentlich, ja, sie hat die Kontrolle verloren, aber ja, es ist nicht schlimmer. Sie kriegt das hin, aber Silco sagt ihr, ja, mach mal eine Pause. Während, was sie absolut nicht mag, absolut nicht akzeptieren will. Also sie meint, sie braucht keine Pause. Wir merken bei all dem, beim ganzen Gespräch zwischen Silco und ihr, Silco spricht so ein bisschen über die aktuelle Lage in der Unterstadt, dass die Hextech ihm sehr zu schaffen gemacht hat. Es ist anscheinend einiges passiert. Also der Konflikt wurde weiter geschürt von ihm zwischen Peltova und der Unterstadt. Und er konnte seinen Plan aber noch nicht umsetzen, eben wegen der Hextech, weil Peltova durch die Hextech mittlerweile so viel Reichtum und so viel Stärke aufgebaut hat, dass sie selbst mit dem Schimmer nicht mehr dagegen ankommen. Und Silco da jetzt ziemliche Probleme mit hat. Und ja, der große Konflikt ist bisher ausgeblieben, weil die Unterstadt anscheinend noch nicht so bereit war, um sich Peltova zu stellen. Aber ja, wir merken auch während des ganzen Gesprächs, Jinx bekommt das nur so halb mit, ehrlicherweise. Also sie sitzt da, schweift ab, ist sehr leicht abzulenken und wir merken bei ihr im Hirn kracht es immer mal wieder gehörig. Also ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber sie hat immer wieder so Aussetzer, so Flashlights im Kopf, so kurze Momente, wo sie einfach weg ist und dann wieder da ist. Ist komplett aufgedreht, ihr Gefühlszustand dreht sich innerhalb von Sekunden um 180 Grad. Also sie ist nicht ganz klar im Kopf. Und ich bin mir sicher, du fragst mich jetzt gleich, was Silco da mit seinem Auge macht. Ich wollte nicht fragen, ich frage mich selbst, aber vielleicht, weiß ich, da musst du mich vielleicht spoilern, ich weiß es nicht. Ich kann nicht spoilern, es ist keine große Sache. Also er macht es einfach, dass er nicht mehr erkrankt wird, oder was? Ja, ich weiß nicht, ob das sein echtes Auge ist, das einfach nur versteinert oder kristallisiert ist, oder ob das eine Augenprothese ist, aber da sticht er immer wieder mit so einer Nadel rein. Und lässt so ein bisschen pinke Flüssigkeit ab, die ein bisschen aussieht wie Schimmer, aber das ist anscheinend, dass sich nicht so viel Druck im Auge aufbaut oder dass das nicht weiter kaputt geht oder so. Dass er immer wieder diese Flüssigkeit ablassen muss. Und da hilft ihm Jinx jetzt dabei, die anscheinend, obwohl sie ein bisschen wahnsinnig ist, doch noch eine ruhige Hand hat. Ja, ich finde auch wirklich krass, wie Jinx hier inszeniert wird, weil sie kommt in diese ganze Szene, in dem sie, also Silco redet so mit ihr und wir sehen sie ja erst so oben. Und dann haben wir so ein Close-Up von seinem Gesicht und hören nur so ein Pam und auf einmal sitzt sie hinter ihm, so richtig wie so ein Monster, was runterspringt. Und dann, wenn sie auch anfängt zu reden, haben wir teilweise einfach so Shots, wo Frames weggeschnitten werden. Also sie guckt zum Beispiel erst so nach rechts und dann haben wir so, sie redet und redet und dann bekommen wir so eine Überblendung mit so Neonlichtern. Auf einmal steht sie und guckt so nach links oben und sowas. Also so ganz, ganz, so richtig unberechenbar und sowas wird sie hier auch inszeniert und dargestellt. Ist krass, also ist richtig interessant. Wir bekommen aus erster Hand mit, wie es in Jinx Kopf ist. Also wir hören Silco sogar sprechen aus der Sicht von ihr, dass da Frames fehlen, dass da Dinge fehlen, dass sie einige Sachen gar nicht mitbekommt. Und eben genau so ist ihr ganzes Verhalten oder so wird uns ihr ganzes Verhalten dargestellt. Wie sie von diesen Dachstreben auf den Tisch kommt, das sehen wir nicht. Wie du gesagt hast, da fehlen uns die Frames und wir erleben Jinx so, wie sie die Umwelt erlebt. Das ist krass. Genau. Ja, ist schon krass. Wir werden sehen, was da jetzt alles noch passiert. Erstmal sind wir wieder in Piltover und haben da so eine kleine Gala, bei der sich gerade die ganzen Ratsmitglieder versammeln und so ein bisschen zusammen feiern und Smalltalk machen und was reiche Leute halt so tun. Dort steht dann auch unter anderem, wie heißt die nochmal? Caitlin? Nee, die, die, genau, genau. Mel, die Ratsmitgliedin, die Chase ja im letzten Mal noch so supportet hat. Und die steht da, macht nicht so wirklich mit und sagt so, ja, es gibt ja eigentlich nur einen. Das Ratsmitglied ist gender neutral. Ah, stimmt, hast recht. Egal, ich gender es, ich bin ein Revolutionär. Nee, also sie steht da und sagt, sie hat eigentlich gar keinen Bock, mit diesen Leuten zu reden. Es gibt nur einen, mit dem sie reden will und das ist Chase. Und der kommt da jetzt auch dazu, so langsam. Und sie freut sich, dass er da ist und er meint dann so, ja, ey, können wir bitte kurz unter vier Augen reden? Und dann beginnt er von seinen Problemen zu sprechen, nämlich von Heimerdingern, der gar nicht so Bock hat, seine Sachen zu unterstützen. Der meinte, ja, ey, du musst noch zehn Jahre weiterforschen irgendwie, bevor du das veröffentlichen kannst. Und Mel meint dann zu ihm in einem sehr, ich sag mal, annähernden Ton, während sie sehr nah an ihm steht und so seine Krawatte richtet. Was diese Vermutung von letzter Folge von, die kommen noch zusammen, noch stärker bestärkt. Und dann sagt sie dann zu ihm, ja, manchmal muss man halt auch sich über Sachen hinwegsetzen und Sachen durchsetzen und an dich glauben. Und sie sagt ihm eigentlich durch die Blume, ja, ey, scheiß auf Heimerdinger, zieh deinen Plan durch. Und bei dieser Rede, zeig einfach allen Leuten, was du erfunden hast. Und Chase ist unsicher, überlegt und ja, gleich sehen wir dann seine Rede. Wir sehen gleich seine Rede, ja. Und kommt jetzt direkt, nee, wir haben, oh, wir haben erstmal die Szene. Wir haben Jinx in ihrem, ja, Zimmer kann man es nicht nennen, in ihrer Höhle eigentlich schon. Die Höhle ist ein riesiger Abgrund, über der eine alte Turbine oder so ein alter Propeller hängt und auf diesem Propeller wohnt sie. Und mach du die Szene vielleicht mal, mach du die Szene vielleicht mal. Ich würde gerne deinen ersten Eindruck davon wissen. Okay, aber ich fand die Szene sehr, sehr krass und sehr, sehr gut. Und sie sitzt nämlich, wie gesagt, da und führt ein Selbstgespräch. Also sie sagt zu sich selbst, ja, er will jetzt, dass ich eine Pause mache, aber ich brauche keine Pause. Führt sie wirklich ein Selbstgespräch? Ja, oder mit wem redet sie, meinst du? Mit den Stimmen in ihrem Kopf redet sie? Eventuell? Ja, weil, also wir sehen halt im Hintergrund passieren so einige Dinge. Unter anderem kommt Vegeta-Kopf Milo endlich zurück. Aber der sieht halt aus wie so ein Zombie und ploppt da auch nur so kurz im Hintergrund auf und bekommt dann noch so ein Neon-Ding im Gesicht und so. Und taucht halt wirklich wie so eine kurze Geister-Vision hinter ihr auf. Dann sieht sie auch im Hintergrund, haben wir Cleggers Brille, ist es glaube ich, die da hängt. Und wir merken halt, diese ganzen Geister ihrer Vergangenheit beschäftigen sie und verfolgen sie. Und sie hat wirklich wortwörtlich Stimmen im Kopf. Und so ist das Ganze auch wieder inszeniert. Also es fehlen wieder Frames, es wird richtig aggressiv hin und her gestütten. Während sie spricht, wirft sie die ganze Zeit Granaten in diesen Abgrund rein. Alles explodiert um sie herum. Also wir merken auch, wie gefährlich sie ist und wie machtvoll diese ganze Sache auch sein kann und wie gefährlich. Und ja, das Ganze endet dann damit, dass sie auf die Idee kommt, ey, ich kann da ja eigentlich was machen. Und ich werde Silko jetzt beweisen, dass ich keine Pause brauche. Ja, also sie liegt da ja wirklich und knallt an einer Stelle, wie dieser Affe, der die Bombe ausgelöst hat in Folge 3. Knallt sie so leere Granaten gegeneinander, wie diese Schellen von dem Affen. Also die ist jetzt mittlerweile komplett durch. Und spricht anscheinend mit dem nicht vorhandenen Jay, äh, doch Milo spricht mit dem nicht vorhandenen Kläger. Und ja, sie hat sogar eine Puppe nachgebaut von Milo. Das ist krass, die liegt da wirklich im Hintergrund. Ähm, ja, was, was hältst du von, von der, von der ganzen Sache? Ich find's richtig cool und interessant. Also ich, ich bin gespannt, was mit Jinx gemacht wird. Ich bin immer noch nicht so ein Riesenfan von der Entscheidung, wie es dazu kommt. Aber so wie sie jetzt ist, ist super interessant. Also alleine rein handwerklich es so darzustellen, mit Animation, Schnitt und Kamera, Kamera, ähm, ist super, super interessant und cool. Mhm. Ähm, aber auch für den Plot find ich immer geil, solche Charaktere drin zu haben. Weil, das ist also das wie, keine Ahnung, wie wenn du den Joker in so eine Story wirfst, du weißt einfach nicht, was passiert. Also das, wenn die in eine Szene reinkommt, ist alles unklar und die könnte in zwei Sekunden alles in die Luft sprengen, aber auch einen 20-minütigen Dialog führen, so bei der weißt du nicht, was passiert. Ja. Das ist cool. Wobei der Joker, würde ich sagen, ist im Vergleich zu, zu ihr ein, ein, äh, selbst kontrollierender Einstein. Weil beim Joker, der, der hat, ist ja noch rational und, und hat so ein bisschen die Kontrolle über sich selbst, höre ich das Gefühl. Bei ihr, also die Serie schafft es sehr gut, was sehr, sehr viele Serien einfach komplett verkacken, die Serie schafft es sehr gut, Wahnsinn darzustellen, weil wir es selber miterleben mit ihr. Und die meisten, wenn sie Wahnsinn, äh, machen es einfach nur, die liegen in irgendeiner Ecke, führen Selbstgespräche oder so. Bei ihr ist es, ich würde sagen, ein richtiger Zustand, ein richtiges Erlebnis, das der Zuschauer hat, wenn er das sieht. Ähm, weswegen das hier funktioniert und in so vielen anderen Serien es einfach nur grottenschlecht verkackt wird. Aber, äh, ich glaube, das Missverständnis, dass sie, äh, also, dass das einfach nur blöd dargestellt war von der Serie, ähm, dass sie da so ausgerastet ist und dann einfach so mit Silko mitgegangen ist, das ist, glaube ich, ausgeräumt. Ja, also, ich finde, ich verstehe den Weg halt trotzdem noch nicht, warum sie, also, warum sie dann auf einmal von, von 0 auf 100 so, 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 so geisteskrank war da damals. Muss nicht von 0 auf 100 sein, also, es kann sein, dass du, dass man sowas immer schon hat, aber das nicht so wahrnimmt, aber wodurch das dann letztendlich ausgelöst wird oder so richtig, äh, sich verschlechtern kann, ähm, oder es reicht ja, wenn du einfach nur wütend wirst und du das nicht kontrollieren kannst zum Beispiel oder so überreagierst, das können ja auch schon Anzeichen davon sein, ähm, und dass du deswegen einfach in deiner Entscheidungsfindung komplett beeinträchtigt wirst. Und das wird einfach durch vor allem Stress ausgelöst und wird durch Stress einfach immer schlimmer. Und ich glaube, also, so jemand in der Unterstadt, das, das ist ein Perpetuum mobile. Das, das schaukelt sich immer weiter hoch, bis du eben Jinx hast. Das kann sein. Ähm, naja, ich bin gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Ja, äh, wir kommen jetzt aber noch erstmal nach, äh, Pelltover und zwar zur Szene, die du schon angesprochen hast, die Rede von, äh, Chase, wo wir Victor haben, der Backstage sitzt und er sieht aus, als würde er eigentlich nur noch zusammenklappen. Also, ist am Husten, ist kaputt, ist, ist einfach nur, wirkt nicht nur, ähm, ja, beeinträchtigt, sondern auch richtig krank. Und, äh, ja, die haben ihn schon gefragt, ob er die Rede hält, aber nee, er ist keiner für, für den Vordergrund. Das finde ich so krass. Also, wir haben hier bildsprachlich, wird so angedeutet, dass Chase so ein bisschen ihm das komplette Rampenlicht wegnimmt. Ähm, er stellt auch einmal so den, seinen Kaffee mit, äh, so einem, äh, Aufdruck Mann des Fortschritts, äh, vor, vor, äh, die Kamera, dass wir, dass er Victor verdeckt. Aber es scheint Victor gar nicht so wichtig zu sein. Also, es scheint ihm ziemlich egal zu sein. Seine Motivation ist dann eher eine andere. Also, er will, er will was anderes. Und, äh, Chase, er überlässt Chase eigentlich das komplette Rampenlicht. Und, äh, ja, der hält jetzt die Rede, ähm, eine recht allgemeine Rede. Und am Ende kündigt er noch an, dass sie an etwas Arbeiten, an etwas Großem. Dass das Leben für alle erleichtern soll, egal aus welchem Haus sie sind, egal wie reich sie sind. Und, äh, aber er entscheidet sich dann dazu zu sagen, dass diese Erfindungen noch nicht so weit sind. Und teest das nur so ein bisschen an, aber zeigt noch nichts Konkretes, was Heimerdinger sehr freut. Aber Victor sehr, sehr sauer macht eigentlich, weil der, der ist im Hintergrund, hat diesen Kristall, diesen, äh, diesen, äh, dieser Hextech-Kugel. Und, äh, vor allem Mel, äh, ist dann ziemlich wütend und, äh, steht auf und, und verlässt einfach den Saal, während das Feuerwerk und der Applaus, äh, da ist. Und, ja, das ist jetzt so ein bisschen der persönliche Konflikt, in dem Chase hier ist. Ist er eher auf Heimerdingers Seite, wo er weiß, Heimerdinger hat schon irgendwo recht, dass er mehr Zeit braucht, äh, um das Ganze noch, äh, besser auszuarbeiten. Aber Heimerdinger ist dann doch ein bisschen zu, äh, abwartend und ist er dann, also wann, wann entscheidet er sich wie Mel einfach so ein bisschen durchzubrechen und wann entscheidet er sich wie Heimerdinger nochmal ein bisschen auf Safe zu spielen. Das scheint jetzt so ein kleiner Konflikt hier zu sein. Ja. Ähm, also ich finde vor allem auch krass, du hast es auch erwähnt, ich finde diesen Unterschied zwischen Bildsprache und das, was uns gesagt wird, so krass. Weil, das habe ich ja vorher auch schon gemeint, ich bin voll gespannt, was mit Viktor passiert. Weil, uns wird hier wirklich, das ist so eine klassische Szene, die man aus Filmen kennt, wo sich so ein Streit zwischen zwei Partnern anbahnt, was dann zu einem riesen Konflikt wird. Aber, also, so wie es uns dargestellt wird. Aber Viktor sagt einfach so, nö, alles gut. Weil er wird ja sogar noch gefragt, ey, willst du mit auf die Bühne? Chase fragt, willst du mit auf die Bühne? Er sagt so, nö, 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 würde ich nicht, alles gut, ich gehe hier nicht vor Menschen und sowas. Und, also ich bin echt gespannt, ob das darin endet, dass das Viktor irgendwann komplett durchdreht und sagt, nein, das muss jetzt veröffentlicht werden, das ist dann veröffentlicht und dann passiert was. Oder ob der Typ wirklich bis zum Ende einfach gechillt bleibt und sagt, ja, okay, nee, ey, alles gut. Ich bin gespannt. Ich kann sagen, zu Viktor passiert noch einiges, aber kannst du dir vorstellen, was seine Motivation ist, wenn es jetzt nicht Aufmerksamkeit bekommen ist? Ey, ich könnte mir vorstellen, was zu hinterlassen, weil es sieht nicht so aus, wird er noch sehr, sehr lange leben und er scheint ja auch wissenschaftlich sehr interessiert zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass er halt gerne noch das Ergebnis seiner Arbeit sehen würde und etwas hinterlassen würde, wenn er dann bald nicht mehr unter den Lebenden war. Okay. Möglich wäre es. Ich kann diesen Umstand weder bestätigen noch verneinen, aber du kannst die nächste Szene machen. Das kann ich. Wir schneiden jetzt nämlich rüber zu Caitlin, die da mit so ein paar anderen Wachen steht, ein paar anderen Vollstreckern und da so ein bisschen Dinge bewacht halt. Und plötzlich bricht da ein Feuer aus. Also da brennt einfach mitten in der Stadt ein Haus. Und da rennen die dann schnell hin und denken, ah, okay, Feuer. Und da drin schreit irgendwie so ein kleines Mädchen scheinbar, bitte, bitte hol mich raus. Und während Caitlin und so ein paar andere dann anfangen, das Feuer zu löschen, mit Feuerlöchern, rennen drei Vollstrecker oder ein bisschen mehr rennen da rein. Und die kommen da drin an, finden aber kein Mädchen vor, sondern sehr, sehr viele Granaten mit Lautsprechern, die in diesem Gebäude hängen. Und ja, wir sehen die Granaten, erkennen sofort, das sind die Granaten von Jinx. Und die explodieren dann auch. Und ja, das ganze Gebäude geht noch mehr an Flammen auf, als es eh schon war. Und so einige Vollstrecker gehen dann dabei leider auch zugrunde. Caitlin wird zwar auch zurückgestoßen, aber wir sehen, sie überlebt das Ganze. Und ja, das führt dann zur Diskussion. Ja, du erinnerst dich ja noch an Folge 1 und 2, was für ein riesen Ding das war, als die Unterstadt, wenn Peltowa ein Ding gedreht hat. Und das ist, das ist Wender komplett um die Ohren geflogen. Ja. Jetzt hat Zilko dasselbe Problem. Jetzt hat Zilko dasselbe Problem. Und das war ja nochmal krasser jetzt. Also, das in Folge 1 war ja so ein Raubzug und da wurde irgendwie was geklaut und sowas. Also, das hier sieht deutlich terroristischer aus, als das aus Folge 1 irgendwie. Und vor allem, sie ist ja dann auch noch in die Werkstatt eingebrochen und hat einen Hextech-Kristall mitgehen lassen. Genau, genau. Und hat dort alles verwüstet. Ja. Und das ist jetzt das Gefährliche. Ja, daraufhin trifft sich der Rat. Und ja, wir bekommen hier jetzt auch vom Rat so ein bisschen das Gegenstück zu dem, was wir mit Zilko hatten, mit Jinx, wo Zilko so ein bisschen die Lage aus seiner Sicht erzählt hat. Der Rat erzählt jetzt hier die Lage der ganzen Welt aus seiner Sicht. Und zwar gibt es da einige, die sagen, sie haben den Untergrund zu lange vernachlässigt und den Leuten dort geht es echt nicht gut und sie sollten sich mal darum kümmern. Aber einige aus dem Rat sagen dann, nee, was willst du mit denen? Also, die machen uns nur Probleme. Also, die sind alle kriminell. Die haben auch noch jetzt Schimmer und, also, die wissen vom Schimmer und was der auslöst. Und, nee, die haben, also ein paar von denen haben da absolut keinen Bock drauf. Und die viel größere Frage ist jetzt, weil im Untergrund sich schon ein ziemlich großes Gewaltpotenzial oder Rebellionspotenzial aufgebaut hat. Ja, was können die jetzt mit diesem Hextech-Kristall anstellen? Können die damit eine Waffe bauen? Und, ja, Chase sagt, ja, die Kristalle an sich sind nicht gefährlich, aber, ja, die haben genug Energie, dass sie jede Waffe da eigentlich damit betreiben können. Und sie fragen sich jetzt, wie schaffen sie es, die Kristalle zu kontrollieren, sicher zu verwahren und, ja, einfach abzuwenden, dass die jetzt eine Waffe bauen. Und Chase sagt dann, ja, okay, anhand der aktuellen Situation bin ich bereit, Hextech erstmal auf Pause zu stellen und das alles mal abzustellen, bis wir das kontrollieren können und bis wir sicherstellen können, dass der nicht in die falschen Hände gerät. Und für Heimerdinger ist das ein großes Ding, weil Chase ist hier bereit, dasselbe zu tun wie sein alter Freund, nämlich sein ganzes Lebenswerk erstmal auf Pause zu stellen. Bis sie es kontrollieren können, aber da haben einige Ratsmitglieder was dagegen, denn, um Gottes Willen, wenn wir unser Schnellreisesystem abstellen, dann verdienen wir nicht mehr genug Geld. Wie soll ich denn dann meinen Wein an die außen äußeren Länder schicken? Ja, da ist jetzt eine riesengroße Diskussion. Und wie schaffen sie es jetzt, die Transportwege aufrechtzuerhalten, aber trotzdem die Hextech unter Kontrolle zu halten? Und wir sehen vor allem der Typ, dem Mel damals das Geschenk gemacht hat, der sitzt da immer noch dran, der möchte unbedingt, dass es aufrecht bleibt. Also dem ist das sehr, sehr wichtig, weil man kann ja nicht die Geschäfte einstellen, nur weil ein paar Leben bedroht sind. Ja, und sie fragen sich jetzt, wie können sie die Hextech kontrollieren, aber keiner von denen kennt sich wirklich mit Hextech aus. Also die müssen sich immer darauf verlassen, was Chase hier sagt. Die müssen den immer dazu holen, so hey, was geht jetzt gerade ab mit der Hextech? Und deswegen schlägt jetzt Mel vor, wenn der jetzt eh schon die ganze Zeit da ist und das eh so ein großes Thema ist, das die ganze Welt revolutioniert. Lass den doch gleich in den Rat aufnehmen. Und sie stellt jetzt den Antrag, einen neuen Ratsplatz für das Haus Telles zu machen, das jetzt eben von Chase Telles übernommen werden soll. Und ich glaube, es ist sogar einstimmig. Also einstimmig beschließen sie alle, dem zuzustimmen. Und Heimerdinger sieht auch ein, okay, ich bin zwar hier der Wissenschaftler in diesem Rat, aber von Hextech habe ich keine Ahnung. Lass mal Magie, Chase Telles machen und alles andere, was Mechanik und so angeht, übernimmt er dann wahrscheinlich. Ja, genau. Was aber auch interessant ist, Mel kauft sich zuerst das eine Ratsmitglied mit diesem Geschenk ein, macht so immer mal wieder kleine Dinge, hat jetzt aber jemanden an Bord geholt, von dem sie weiß, teilweise ist er auf ihrer Seite. Also sie erweitert den Rat, um eventuell in Zukunft mal eine Mehrheit zu haben für gewisse Dinge. Genau. Aber trotzdem fand ich es interessant, weil sie hat ja auch gesehen, ab und zu ist er immer nicht auf ihrer Seite. Und er ist jetzt keine Marionette von ihr. Genau. Und ich hätte es gar nicht erwartet. Ich hätte nicht erwartet, dass er jetzt irgendwie in den Rat reinkommt und der Rat erweitert wird und sowas. Es passiert richtig viel in der Folge, was mich hypt, weiterzugucken, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Vor allem halt, wie gesagt, was Chase angeht, weil der Typ wirkt aktuell ein bisschen zu perfekt. Also der wirkt ein bisschen zu, der ist irgendwie nett, der macht seine Sachen ordentlich, der ist bereit, dann sein Werk zu opfern, der hat eine gute Beziehung mit Victor und irgendwas muss da passieren. Also er hat jetzt gleich auch noch eine Szene mit Caitlyn, wo er voll korrekt ist. Irgendwas muss da jetzt gleich passieren. Und ich bin gespannt, was es ist. Ja. Also Erfolg schafft so eine kleine Illusion, würde ich mal sagen. Erfolg bringt sehr, sehr viele Illusionen und Erwartungen mit sich. Mal schauen, ob er die erfüllen kann, alle. Ja. Ja, wir kommen jetzt aber wieder zu, und ich würde sogar sagen, das ist, glaube ich, sogar meine Lieblings-Einzelszenen aus ganz Arcane. Die mit Jinx hier ist? Ja, weil wir sehen wieder eine Situation aus Jinx' Augen. Und sie sitzt jetzt tatsächlich auf ihrem Propeller, während Silco im Hintergrund kommt und richtig sauer ist und sie anschreit. Und sie das kaum mitbekommt und hört ihren Theme-Song Get Jinxed. Ah, echt? Das ist ihr Theme-Song? Okay, krass, krass. Ja, es ist cool, aber beschreibt mal die Szene. Ja, du hast eigentlich gerade schon relativ gut beschrieben. Sie ist jetzt hier in ihrem Propeller oder Schrägstrich ihrer Werkstatt und baut da irgendwas zusammen und geht parallel dazu, richtig zu ihrem, wie ich gerade erfahren habe, Theme-Song ab. Und wir hören im Hintergrund auch die ganze Zeit Silco, der schreit. Und wir sehen ihn sogar im Hintergrund, wie er richtig schreit und Jinx, Jinx. Aber sie hört es einfach nicht oder will es nicht hören. Und das endet dann darin, dass Silco diesen Jukebox, diesen Plattenspieler von ihr, das Grammophon kaputt schlägt. und sagt, ja, ey, was hast du da getan? Wie du bist da hochgegangen, hast Sachen zum Explodieren gebracht. Es sind sechs Vollstrecker dabei scheinbar ums Demen gekommen. Wir bekommen hier unten jetzt richtig Stress. Jinx sagt aber, guck mal, was ich hier hab. Und holt dann dieses Hextech-Steinchen da raus. Und Silco ist ziemlich beeindruckt davon. Und Jinx feiert sich dann auch selbst, startet da erst mal so ein Feuerwerk in ihrer Höhle und umarmt ihn dann auch wieder so merkwürdig. Also sie ist immer noch verrückt und irgendwie auch immer noch so ein halbes Kind. Keine Ahnung, es ist immer noch alles unberechenbar, was sie macht. Ja. Ja? Ja. Willst du die nächste Szene auch noch machen? Die kann ich auch noch machen. Ähm, wir bekommen jetzt nämlich Catelyn nochmal. Und Catelyn ist immer noch in ihrem Sherlock-Holmes-Film gefangen. Denn sie sucht immer noch den Schuldigen für diese ganze Sache. Und da kommt dann auch Chase rein. Also Catelyn ist wieder bei ihren Eltern zu Hause. Also sieht zumindest so aus. Und ist verletzt. Die wurde ja bei der Explosion auch ein bisschen verletzt. Und wir sehen, die hat so richtig viele Blumen bekommen, aber es interessiert sie gar nicht. Sie forscht gerade nach dem Schuldigen für das Ganze. Hat da so Sachen aufgespannt und ist kurz davor, jemanden zu finden. Weil sie entdeckt halt, ja, da muss es irgendwie so einen Unterwelt-Boss geben, der irgendwas vorhat. Jetzt sind die aber einmal zu weit gegangen. Chase kommt rein, schaut sich das Ganze an, sagt aber so, ja, also du hast ja keine Beweise dafür, bist du sicher? Und schlägt ihr dann einen Job vor. Er sagt nämlich, ja, ey, ich bin jetzt hier im Rat mittlerweile. Und wenn du willst, könntest du, ja, meine persönliche Assistentin, Schrägstrich Beschützerin, was auch immer werden, auf jeden Fall würde sie dann am Schreibtisch sitzen. Das fände Catelyn nicht so toll. Und sagt, ey, was willst du von mir? Ich hab doch einen Job, ich will nicht am Schreibtisch sitzen. Aber ihre Eltern haben jetzt scheinbar dafür gesorgt, dass sie keine Vollstreckerin mehr ist, weil sie halt nicht wollen, dass sie verletzt wird. Und, ähm, ja, damit ist sie so ein bisschen in einer misslichen Lage, weil sie hat halt scheinbar jetzt keinen richtigen Job mehr, will aber auch nicht für Chase arbeiten. Trotzdem geht sie aber ihren Forschungen weiter nach und, ähm, bekommt dann ihre letzte Szene in einem Gefängnis. Das ist scheinbar so dieses, dieses Gefängnis in der Arcane-Welt, wo alle Bösewichte hinkommen. Dort fährt sie hin und will mit einem Gefangenen sprechen. Und, ähm, also da auch erst mal der Gefängniswärter ist krass. Das sieht einfach aus wie, äh, wie heißt der? Von Spider-Man. Ähm, Wilson Fisk. Sieht einfach aus wie Wilson Fisk, der Typ. Ist übertrieben riesig und so. Ähm, ja, und dann, äh, wird sie da halt, wird sie weitergeleitet. Und das heißt, ja, okay, du willst hier mit einem Typen sprechen, der ist heute reingekommen. Mit dem Typen vom Luftschiff übrigens. Genau, genau. Mit dem Indiana-Jones-Bösewicht. Aber, ähm, das ist nicht so gut möglich, mit dem zu sprechen, denn der hat heute, heute eine übergebraten bekommen und kann seinen Kiefer nicht mehr bewegen. Und dann ist so die Frage, ja, okay, wer war das denn? Und dann bekommen wir als letzten Shot eine, eine Kamerafahrung, auf die Person, die das gemacht hat. Und, äh, das ist niemand Geringeres als Vai, die gerade Boxen mit ihrer Wand spielt. Ja, also wir bekommen so eine Kamerafahrt, äh, also Caitlin möchte hier eigentlich nur fragen, den Typen, für wen, für wen er arbeitet. Also ob er ihr irgendwie helfen kann, wer das gewesen sein könnte. Und, äh, ja, bringt aber nichts. Sie muss dann zu der Person gehen, die den, äh, vermöbelt hat. Und sie geht diesen Gang entlang. Die Kamera geht mit ihr, wird so ein bisschen schneller, fliegt so ein bisschen schneller vor sich, äh, vor sie. Und wir hören einfach nur dieses Boxen. Und, äh, man kriegt schon so ungefähr eine Ahnung, wer das sein könnte. Und die Person, wir sehen dann, pinke Haare, okay, dann wissen wir schon, die Person dreht sich um und fragt nur so, was willst du hier? Und dann sehen wir eben in dieser Zelle, weil, und damit endet die ganze Folge. Genau. Ja, also, es ist eine Folge, die sehr viel teast mal wieder. Ähm, wir haben so einen, so, so einen halben Payoff mit Jinx, weil wir halt sehen, was mit ihr jetzt passiert ist. Aber es ist sehr viel Teasinger. Wir haben, wir haben Chase, wo ich übertrieben gespannt bin, was passiert. Wir haben den Rat, wo ich gespannt bin, was passiert. Wir haben diesen ganzen Konflikt, wo ich gespannt bin, was passiert. Und vor allem natürlich Jinx zusammen mit Vai, wo ich sehr, 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 sehr gespannt bin, was passiert. Ähm, ja, war eine coole Folge. Also, hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das jetzt mit Folge 3? Boah, schwer zu sagen. Also, ich bin immer noch kein Fan davon, dass das Ganze auf ein Missverständnis aufbaut. Dass, äh, Vai eigentlich, zu, zu Powder, der damals zurück wollte, es aber dann irgendwie nicht konnte. Aber baut es auch ein Missverständnis auf? Oder baut es nicht einfach darauf auf, dass, äh, Powder was richtig Dummes gemacht hat, aber nicht zu rechnungsfähig ist? Und sie getrennt wurden? Also, für mich, gegen ihren Willen? Für mich ist es schon so eine Art Missverständnis, weil Powder denkt ja immer noch, dass sie im Stich gelassen wurde. Und, ähm, Vai wollte sie ja eigentlich nicht im Stich lassen, sondern war einfach nur wütend einen Moment lang. Ja, aber das ist ja nicht, weil die beiden doof sind, sondern das ist, weil sie gegen ihren Willen getrennt wurden und sich nicht aussprechen konnten. Ja, nee, das sage ich ja gar nicht, dass die, dass die beide doof sind, aber irgendwie ist es ja trotzdem so ein Moment, wo man sagt, ja, okay, eigentlich hätte man alles verhindern können, wer, Vai, die drei Schritte nicht weggegangen, so. Also, das ist so, weiß ich nicht. Ich habe immer so, ich habe irgendwie immer so meine, meine Probleme mit sowas, aber es ist okay, es stört mich nicht so krass. Ich bin immer noch traurig, dass Van da weg ist, den hätte ich irgendwie immer noch gern gesehen und Vegeta-Kopf und Clegger vermisse ich auch, aber, äh, nee, war cool. Also, Folge 3 war okay. Ich bin gespannt, vielleicht werde ich noch ein bisschen wärmer mit dem Ganzen, wenn ich da die ganze Serie kenne, dann weiß ich, wie es ins Gesamtgefüge gehört. Ähm, die Folge war aber wirklich, war richtig gut. Mhm. Ja, äh, ich weiß noch nicht, wie ich die Folge einranken würde, aber ich bin gespannt dann auf dein Figuren-Ranking, was wir machen. Also, da müssen wir dann eine Liste machen, auf die wir uns einigen, aber ich bin gespannt, wo du so die ein oder andere Figur einranken würdest dann. Ja, auf jeden Fall, das sage ich jetzt schon, wir müssen Jinx und Powder eigentlich separat ranken, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, können wir machen. Ja, ja, müssen wir nochmal überlegen. Ähm, nee, aber ich würde, glaube ich, sagen, damit sind wir erstmal für heute durch und haben auch Folge 4 hinter uns gebracht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir, wir freuen uns auf Folge 5, die ihr dann hoffentlich in zwei Tagen seht. Deshalb vergesst hier auf keinen Fall noch zu abonnieren, dass ihr das nicht verpasst. Lasst dir gerne noch ein Like da und schreibt uns in die Kommentare, was ihr von Arcane, insbesondere von Folge 4, haltet. Und, ja, dann sind wir durch, oder? Wir sind durch, ja. Gut, dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.